Die weltbesten Volleyballerinnen zu Gast in Zürich. An der Club-Weltmeisterschaft der Frauen kämpfen sechs Weltklasse-Teams nicht nur um den WM-Titel, sondern auch um ein Preisgeld in der Höhe von 450.000 US-Dollar. In der Saalssporthalle treffen Club-Teams aus Brasilien, Japan und Russland auf den aktuellen Schweizer Meister Volero Zürich. Die Volleyball-Club-WM aus Zürich vom 7. bis 11. Mai live im SSF. Die FIVB Volleyball Women's Club World Championship wird Ihnen präsentiert von Termission, United Volleyball Foundation, SB Community und der Eventcourt AG.